Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der Saint-Holschi-Kirche. Die Saint-Holschi ist eine moderne Religion. Sie wurde von L. Ron Hubbard Mitte des letzten Jahrhunderts gestiftet und L. Ron Hubbard hat sich intensiv mit den Menschen befasst, um sie zu verstehen, um zu gucken, wie man dem Menschen helfen kann, freier zu werden, gesünder zu werden, vor allen Dingen geistig gesünder zu werden, glücklicher zu werden und einfach ein schöneres Leben zu führen. Die Saint-Holschi hat eine ganz ausführliche Lehre, die kann man in kleinen Teilen studieren oder natürlich im Ganzen. Man kann sich sehr ausführlich ausbilden lassen und die Saint-Holschi hat einen spirituellen Weg, der einen Stückchen für Stückchen in Richtung persönliche Freiheit und in Richtung Ewigkeit führt. Das Wort Saint-Holschi kommt von Skire und Ologie. Zusammengesetzt bedeutet das die Lehre vom Wissen oder ganz einfach Wissen, wie man weiß. Und um Saint-Holschi noch ein bisschen besser zu erklären, lese ich das Glaubensbekenntnis der Saint-Holschi-Kirche. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nicht-religiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist. Dass er danach strebt, zu überleben. Dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven. Das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Ich habe mir ein interessantes Thema für diesen Sonntag vorgenommen. Das Thema heißt Selbstvertrauen. Ich habe mal einfach hier so eine Definition von Selbstvertrauen rausgeschrieben, dass wir überhaupt wissen, worüber wir hier reden. Selbstvertrauen ist definiert als die Eigenschaft, sich auf die eigenen Bemühungen, Fähigkeiten, Mittel oder die eigene Beurteilung zu verlassen. Okay, also der Punkt ist ja noch relativ einfach. Man bekommt Selbstvertrauen oder man hat Selbstvertrauen in dem Maß, wie man eben imstande ist, sich auf sich selbst verlassen zu können. Das wäre das, worum man sich bemüht oder die Fähigkeiten oder Fertigkeiten, also das, was man kann. Dann seine Mittel. Ja gut, das ist natürlich gut, wenn ich weiß, wie viel auf meinem Konto ist, damit ich dann auch weiß, wie viel ich davon ausgeben kann. Und die eigene Beurteilung. Das ist wieder was Schwierigeres, weil das ist uns ja doch schon öfter passiert, dass die Beurteilung von irgendeiner Situation verkehrt gewesen ist. Und das schmälert dann wiederum das Selbstvertrauen. Ganz einfach kann ich euch sagen, wie man das Selbstvertrauen verbessert. Geht so. Nämlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine Person, eine Person ist ja ein geistiges Wesen und die hat einen Körper und sie hat einen Verstand. Und wenn wir auch davon ausgehen, dass ein Verstand einen Teil hat, der nicht unter der eigenen persönlichen Kontrolle ist. Die Scientologen oder InSaintology nennen wir den den Reaktivverstand. Das ist der Teil vom Verstand, der reagiert und der nicht groß fragt, der nicht umwerfend mit Logik arbeitet, sondern der einfach nur zuschlägt. Also jemand sieht eine Spinne und läuft weg. Jemand sieht eine Maus und läuft weg. Jemand sieht ein Auto aus der Ferne kommen, egal wie weit weg und wird nervös. Jemand sieht einen Hund und kriegt Angst vor den Zähnen. Das sind alles Reaktionen. Das ist etwas, wo ein Stück Verstand uns sagt, schnell weg, da willst du nichts damit zu tun haben. Jetzt hat dieser Verstand, und das erkläre ich lieber mal wieder in einem anderen Vortrag, aus vielen unerklärlichen Gründen hat der ganz viel Kraft angesammelt. Und im normalen Leben mischt sich dieser Teil vom Verstand eben öfters mal ein. Also in einem Streitgespräch wird man so emotional, dass man nur noch heulen kann und dann einfach nichts mehr Vernünftiges dazu sagen kann. Oder jemand wird so emotional, dass er überhaupt nichts mehr sagen kann. Das heißt, man streitet sich ganz gemütlich darüber, ob man jetzt ins Kino gehen soll oder ins Theater. Und eigentlich ist es überhaupt kein wichtiger Streit und plötzlich macht der eine den Mund zu und man kann einfach nicht mehr mit ihm reden. Beleidigt und fertig. Das ist der reaktive Verstand. Ohne noch viel mehr Beispiele dafür zu geben, weil ich glaube, die kennt ihr selber. Da gibt es einfach wirklich genug, dass Leute komisch reagieren. Kann ich sagen, dass der reaktive Verstand ja wohl der größte Selbstvertrauensfresser ist von allen. Weil man denkt also, wunderbar, da sind zehn Leute, ich werde denen jetzt einen Vortrag halten und bis zu dem Vortrag ist alles in Ordnung und dann fängt man den Vortrag an und plötzlich schlottern die Knie, klappern die Zähne und es fällt einem einfach nicht mehr ein, was man vorher sagen wollte. Es gibt Leute, die brauchen dazu weniger als zehn Leute im Publikum. Es gibt Leute, die brauchen dazu mehr. Aber was daran wichtig ist oder das, was daran wirklich stört, ist, die eigene Einschätzung hat nicht gestimmt. Oder ich habe so einen Stapel von Papier auf meinem Schreibtisch liegen und sage mir, okay, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit. Wunderbar. Bis dahin ist dieser Papierstapel ordentlich sortiert, abgearbeitet und fertig. Und dann beschäftige ich mich mit dem ersten Papier gleich mal zweieinhalb Stunden. Das kostet Selbstvertrauen. Beim nächsten Mal bin ich etwas vorsichtiger, wenn ich sage, ich werde meinen Schreibtisch aufräumen. Und so geht es einem natürlich durch das ganze Leben. Man hat einfach verschiedene Situationen, wo die eigene Einschätzung nicht gestimmt hat, wo man sich auf sich selbst sozusagen nicht verlassen kann, weil man, weil, also ich meine, weil halt, weil die Umgebung einem da reingefuchtelt hat, weil das Auto in Wirklichkeit schneller war, als man es eingeschätzt hat, wollte ich sagen, es ist oder der Boden war glatter oder die Luft war weicher oder was weiß ich, was alles schiefgegangen ist. Die Einschätzung hat letztlich nicht gestimmt. Und das kostet Selbstvertrauen. Jetzt lese ich noch mal vor diesem Hintergrund die Definition vor. Die Eigenschaft, sich auf die eigenen Bemühungen, Fähigkeiten, Mittel oder die eigene Beurteilung zu verlassen. Und genau da ist der Hund begraben. Da kann ich jetzt allerdings nur wirklich eine Lösung vorschlagen. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Selbstanalyse. Und in diesem Buch findet ihr hunderte von Fragen. Das ist eine Art von, wir sagen Auditing dazu. Das ist eine Art, an sich selbst zu arbeiten und den Boden unter den Füßen ganz stabil zu machen. Und es verbessert die Erinnerung. Es verbessert die Wachsamkeit. Man kann auf jeden Fall besser schlafen. Also das Mindeste, was dieses Buch tun sollte, ist, euch die Beruhigungsmittel zu ersetzen. Aber was es eben auch tut, es tut ganz stark das Selbstvertrauen steigern, weil man einfach seine Vergangenheit anguckt, weil man diesem reaktiven Verstand ein bisschen das Wasser abgräbt und weil man viel mehr Stabilität in dem findet, was man in der Vergangenheit selbst geleistet hat. Und damit wird die eigene Einschätzung besser und die Beurteilung wird besser. Und die Idee wird einfach besser. Wie viel brauche ich, um irgendwas zu erledigen? Oder ich weiß in mir selbst, ich kann das und dann ziehe ich das auch durch. Genau. So viel zum Thema Selbstvertrauen. Tja, Hausaufgaben kann ich da drauf jetzt richtig schlecht geben. Aber ich kann euch empfehlen, packt mal dieses Buch und schaut mal rein. Es ist ein wunderbares Buch. Steht auch eine Menge drin, muss man jetzt mal wirklich sagen. Ist von Aaron Hubbard geschrieben und wir bänden es dann nachher gleich ein. Ja gut, dann bieten wir zusammen ein Gebet. Das ist ein tolles Gebet für völlige Freiheit. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und alle, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Krieg, Armut und Not. Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen. Ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und lernt was dazu, denn Wissen ist das, was ihr mit in die Ewigkeit nehmt. Vielen Dank. Wissen ist das, was ihr mit in die Ewigkeit nehmt.